Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Abg. Schulz das Wort. Ich bitte um Verzeihung. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen erwarten von ihren Abgeordneten nicht nur ihr Besorgniskund zu tun, sondern dass sie durch konstruktive Arbeit kluge und bedarfsgerechte Politik die Probleme des Landes lösen. Dieser Antrag ist aber nur ein Zeichen der Hilflosigkeit. Vielen Dank. Darüber, dass die sogenannte Mietpreisbremse nichts bringt, herrscht Einigkeit. Somit kann man die sogenannte Mietpreisbremse auch abschaffen. Aber anstatt etwas Konkretes zu fordern, wollen Sie, dass der Landtag das Versagen nur bestätigt. Das ist purer Aktionismus. Sie stellen den Antrag, der Landtag fordere die Landesregierung auf, einen Mietendeckel einzuführen. Abgesehen von der Absurdität dieser Forderung ist Ihnen überhaupt bewusst, wie verunsichert solche Vorschläge auf Kleininvestoren und Immobilienbesitzer wirken. Kein Vermieter wird noch in seinen Bestand investieren, und die Mieter müssen dann in marode Wohnungen leben. Dieselben, die jetzt nach einem Mietendeckel schreien, werden nach fünf Jahren behaupten, der Markt funktioniert nicht. Der Unterschied zwischen Ihrer und unserer Fraktion ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mehr Wohneinheiten bauen. Sie aber möchten das knappe Gut-Wohnraum mit Ihren ideologisierten Vorschlägen weiter verknappen. Wir, die AfD, wollen, dass mehr Menschen über Wohneigentum verfügen, während sie Gesprächsrunden und Straßenproteste organisieren möchten. Wir möchten, dass die gebauten Wohnungen den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen entsprechen. Sie aber wollen flächendeckend barrierefreie Wohnungen, selbst wenn es dafür keine Notwendigkeiten gibt. Dazu kommt, dass Sie klimaschonende Wohnungen haben wollen, abgesehen davon, dass Sie nicht erklären, was man darunter verstehen soll, möchte ich wissen, wie Sie im selben Satz von bezahlbaren Wohnen reden können, wenn klar ist, dass jede solcher Maßnahmen das Bauern verteuert. Das ist typisch linke Politik, alles haben wollen, und das für kleines Geld. Wenn man Ihren Antrag nüchtern analysiert, kommt man zwangsläufig zum Schluss, dass es nur der Panikmache und Verunsicherung der Immobilienbesitzer geht. Sie wollen Ihre bisher gescheiterten Klassenkämpfe diesmal auf den Rücken der Vermieter und Mieter austragen. Dieser Versuch ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Unsere Forderungen der AfD lauten weniger Bürokratie, schnelleres Baurecht, weniger Vorgaben zur Energetik und vorbeugenden Brandschutz, Abschaffung der Grunderwerbsteuer, Förderung der bauwilligen Familien. Das war jetzt ein ganzer Blumenstrauß an Instrumente. Mit diesen Maßnahmen wird die Wohnbaustudie des Analysehauses Empirica Realität, die für Frankfurt sinkende Mieten prognostiziert. Wie schon gestern erwähnt werde ich immer wieder sagen, der beste Mieterschutz ist ein Überangebot von Wohnungen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. – Jetzt ist es aber endgültig soweit. Ich darf Herrn Staatssekretär Deutschendorf das Wort für die Landesregierung erteilen. Es ist dann schon angekündigt, dass es eine zweite Runde gibt. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die Debatte gestern und ihre Fortsetzung heute verdeutlichen die Relevanz des Themas Wohnen. Auch ich beginne mit ein paar grundlegenden Feststellungen. Es besteht Einigkeit über die Herausforderungen und die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. In den hessischen Großstädten sind die Mieten und Immobilienpreise in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Das Thema berührt viele Menschen. Wer eine Wohnung im Ballungsraum sucht, kennt das Problem. Menschen mit einem geringen Einkommen haben oftmals große Schwierigkeiten, eine geeignete und zugleich bezahlbare Wohnung zu finden. Wir sind uns bis zu diesem Punkt einig. Möglichst jeder soll eine Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden können. So ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Daran arbeiten wir. Auch ich persönlich werde daran in den nächsten fünf Jahren mit vollem Einsatz mitarbeiten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, es gab beispielsweise Zeiten in den 90er-Jahren, in denen ist viel gebaut worden. Es sind viele geförderte Wohnungen entstanden. Es gab Zeiten, in denen waren wir teilweise in bestimmten Bereichen sogar von Schrumpfungsprozessen betroffen, in den 2000er-Jahren. Da wurde wenig gebaut, und es sind sehr wenige öffentlich geförderte Wohnungen entstanden. Das führt zu Schwankungen. Deshalb endet zurzeit für viele Sozialwohnungen die Mietpreis- und Belegungsbindung. Dies ist nicht nur in Hessen so. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Phänomen. Gleichzeitig haben wir es mit einem großen Einwohnerzuwachs in den attraktiven und boomenden Regionen wie Frankfurt und Rhein-Main zu tun. Beide Entwicklungen fallen zusammen. Das macht die Herausforderung besonders groß. Die Landesregierung ist sich an dieser Stelle ihrer Verantwortung sehr bewusst. Sie ergreift alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die geeignet sind und wirksam die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Dazu haben wir gestern einiges gehört, heute auch wieder. Ich fand es sehr eindrücklich und gut zusammengefasst, den Vortrag des Fraktionsvorsitzenden und Abgeordneten Wagner, wie er gestern vorgetragen hat. Das war ein sehr klarer Überblick über das, was wir alles tun. Wir haben attraktive und nachgefragte Förderprogramme aufgelegt, die mit ausreichend Mitteln ausgestattet sind. Wir unterstützen und fördern die Kommunen bei der Entwicklung, Schaffung und Bereitstellung von Bauland und Baurecht im Zuge der Baulandoffensive. Wir sind mit der Nassauischen Heimstätte selbst tätig und leisten so einen direkten und eigenen Beitrag auf den Wohnungsmarkt, z.B. indem wir die Zahl der Wohneinheiten der Nassauischen Heimstätte von derzeit ca. 60.000 auf 75.000 in den nächsten Jahren erhöhen werden. Meine Damen und Herren, wir nutzen auch die regulativen Instrumente, die wir für geeignet halten. Beispiele dafür sind erstens, wir werden noch in diesem Jahr die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit Milieuschutzsatzung unter Genehmigungsvorbehalt stellen. Zweitens, die von uns geplante Verlängerung und Ausweitung der Kündigungssperrfristverordnung. Drittens, die hier heute auch schon angesprochene Verlängerung und Ausweitung der räumlichen Geltung der Mietpreisbremse in Hessen. Damit schützen wir die Mieter auf dem freien Wohnungsmarkt und schränken auf diesem Weg den Anstieg der Mieten ein. Die Verwendeanhörung ist erfolgt. In diesem Zuge hatten auch die Kommunen ihre Chance, sich noch einmal zu beteiligen. Das haben sie auch. Diese Anhörung ist erfolgt. Sie wird derzeit ausgewertet, sodass es an dieser Stelle auch zeitnah weitergehen wird. Wie an all diesen Maßnahmen deutlich zu erkennen ist, konzentrieren wir uns auf die Instrumente, bei denen wir sicher sind, dass sie kurz- und mittelfristig eine spürbare Wirkung entfalten. Dazu gehört beispielsweise die Mietpreisbremse oder auch die Kappungsgrenzenverordnung. Dass dazu aber auch der Mietendeckel gehören wird, bezweifle ich stark. Schließlich weiß aktuell noch niemand – auch das ist hier schon angesprochen worden –, ob sich ein Mietendeckel im Sinne eines landesrechtlich geregelten und zeitlich beschränkten Mietenstopps überhaupt realisieren lässt bzw. zulässig wäre. Das ist höchst umstritten. Diese Frage wird derzeit lebhaft diskutiert. Auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist hier angesprochen worden. Es kommt zu dem Schluss, dass die Idee eines Mietendeckels rechtlich nicht haltbar ist. Da für frei am Wohnungsmarkt angebotene Mietwohnungen die Mietpreisregelung des Bundes im Bürgerlichen Gesetzbuch eine abschließend gesetzliche Regelung ist. Grundsätzlich muss also erst einmal die Frage beklärt werden, ob die Länder überhaupt die Kompetenz zur Einführung eines solchen Mietendeckels haben. Hinzu kommen weitere rechtliche Bedenken. Das ist auch klar. Der Mietendeckel wäre ein starker Eingriff ins Eigentum. Das kann unter Umständen auch dazu führen, dass sich das auf bereits getätigte Investitionen auswirkt. Das birgt dann auch das Risiko für Regressforderungen. Diese Punkte sind in der laufenden Debatte erst einmal zu klären. In den Fachgremien, die sich damit zum Einstieg schon einmal beschäftigt haben, ist dieser Ansatz bisher sehr kritisch beurteilt worden. Meine Damen und Herren, es kommen aber aus meiner Sicht noch weitere Punkte zum Tragen. Das sind nicht nur rechtliche Bedenken, sondern auch sachliche Bedenken, die zeigen, dass es sich hierbei nicht um ein geeignetes Mittel handelt. Die Wohnungsunternehmen, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, wirken stabilisierend auf dem Wohnungsmarkt. Deren Wohnungen, die aus der Bindung fallen, stehen weiterhin als stabile und preisgünstige Wohnungen dem Wohnungsmarkt zur Verfügung. So hat sich z. B. die Nassauische Heimstätte sehr zurückhaltende Mietpreissteigerungen selbst auferlegt, und das in Abstimmung mit ihren Eigentümern. Aber auch diese Unternehmen müssen langfristig solide arbeiten. Sie müssen ihre Bestände pflegen und unterhalten. Sie sollen auch in neue Wohnungen investieren und langfristig in der Lage sein, notwendige Instandhaltungsrücklagen zu bilden, und das bei steigenden Preisen. Da komme ich gleich noch einmal zu. Da ist auch eine angemessene Anpassung der Miete gerechtfertigt, um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu sichern, damit sie das tun können, was wir von ihnen erwarten. Qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Herr Lenders, da haben Sie recht. Diese eigene Beschränkung der Nassauischen Heimstätte ist an dieser Stelle. Das ist ein Kraftakt. Wir haben uns das aber sehr genau überlegt. Wir halten das für einen begrenzten Zeitraum vertretbar. Wir werden natürlich auch an anderer Stelle die Nassauische Heimstätte weiter unterstützen und stärken, z. B. im Hinblick auf die Eigenkapitalausstattung. Meine Damen und Herren, das Land tut das, was in seiner Verantwortung liegt, und sinnvoll und effektiv hilft. Dabei sind wir auch auf die Mitwirkung anderer angewiesen. Das sind zum einen die Kommunen im Hinblick auf das Schaffen von Baurecht. Das ist aber auch die Wohnungswirtschaft in ihrer Vielfalt. Hier ist einiges in Bewegung geraten, und es steckt viel Dynamik darin. Die Zahl der genehmigten und der fertiggestellten Wohneinheiten steigt deutlich an. Immer mehr öffentlich geförderte Wohnungen kommen auf dem Markt an. Diesen Trend werden wir weiter verstärken, und die Zahlen werden in den kommenden Jahren in diesen Bereichen weiter steigen. Eine Maßnahme wie der Mietendeckel birgt hier eher die Gefahr, bremsend zu wirken. Denn bei der Kalkulation über einen Zeitraum von 20 Jahren spielt auch die Entwicklung der Miete eine maßgebliche Rolle. Das gilt auch für die Unternehmen in öffentlicher Hand, und das gilt auch für den geförderten Wohnungsbau. Der Deckel wäre an dieser Stelle das falsche Signal und das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Wir setzen uns weiterhin für einen umfassenden Mieterschutz ein, und wir werden mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, dass bezahlbarer Wohnraum in Hessen entsteht und erhalten bleibt. Angesichts der Größe der Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt ist klar, dass alle Akteure, die auf diesem Markt tätig sind, dabei zusammenwirken müssen. Die Landesregierung hat dazu bereits 2015 die Allianz für Wohnen in Hessen ins Leben gerufen. In der Allianz für Wohnen werden wir auch weiterhin zusammen mit Experten zum Thema bezahlbaren Wohnraum beraten, neue konkrete Handlungsmöglichkeiten identifizieren, benennen und sie dann auch umsetzen. Ich will es aber zum Schluss noch deutlich sagen. Wir brauchen zur schnellen Schaffung von Wohnraum die Wohnungswirtschaft. Das heißt auch, dass diese verlässliche Rahmenbedingungen für Ihre Investitionen braucht. Ein Mietendeckel trägt nicht zu diesen verlässlichen Rahmenbedingungen bei. Das sollte Ihnen, meine Damen und Herren der LINKEN, auch sehr bewusst sein. Herr Staatssekretär, ich möchte nur auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Die Landesregierung handelt. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir unsere eigene Landesgesellschaft stärken, indem wir gute Rahmenbedingungen für den Bau neuer Wohnungen schaffen und indem wir Mieter dafür schützen, dass die Mieten weiter so stark steigen, wie wir es bisher gesehen haben. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, herzlichen Dank. Wenn Sie als Abgeordneter dieses Hauses wären, würde ich Ihnen gratulieren. Zur ersten Rede im Hessischen Landtag stimmt so, oder? Sie haben noch nicht bei uns geredet. Dann tun wir es trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind uns jederzeit wiederbekommen. Meine Damen und Herren, wir kommen damit zum vorläufigen Höhepunkt der zehnten Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Ich will Ihnen voller Vorfreude ankündigen und darf das vielleicht mit der Spruchweisheit verbinden. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ich darf heute auch ein vorläufiger Höhepunkt meiner Amtszeit als Präsident des Hessischen Landtags begrüßen, die hessische Gurkenkönigin Paula Hulbert. Die hessische Gurkenkönigin ist in Begleitung ihrer Prinzessin Larisa Reis. Beide kommen aus der südhessischen Gemeinde Biblis. Es ist für uns eine große Freude, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Aber Sie sind auch mit politischer Prominenz zu uns gekommen, nämlich mit Ihrem Bürgermeister Felix Kusicka. Lieber Herr Bürgermeister, auch Sie sind uns herzlich willkommen. Sozusagen ein Dreigestirn auf unserer Tribüne. Herzlich willkommen, und lauschen Sie ein bisschen der kommenden Debatte. Auch die verspricht, eine spannende Debatte zu werden. Vielen herzlichen Dank. Nochmals herzlich willkommen. Ich komme noch zu der Tagesordnung. Keine Sorge. Wir haben Tagesordnungspunkt 41. Er ist beraten worden. Er kommt in den W.V.A. oder was wollen wir damit machen? Wollt ihr den abstimmen? Ach, ihr wollt ja eine zweite Runde machen. Entschuldigung, es war ein Versuch wert, aber ihr habt euch schon gemeldet. In der Tat. Entschuldigung, es war keine Absicht, aber es hätte Absicht sein können. Das gebe ich zu. In der zweiten Runde hat sich der Kollege Schalauske mit maximal fünf Minuten Redezeit gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das war ein netter Versuch, aber ich glaube, das Thema und die Debatte zeigen doch, dass wir ein paar Aspekte noch einmal vertiefen müssen. Herr Staatssekretär, während Sie seit Jahren in der Allianz für Wohnen bzw. Ihrem Minister und alle in diesem Zusammenhang politisch Verantwortlichen über die Wohnungssituation in Hessen beraten, explodieren im Ballungsraum die Mieten, dort werden die Wohnungen luxussaniert, dort wird mit Leerstand spekuliert, und dort werden Menschen an den Rand der Städte gedrängt. Der Holzhammer ist doch nicht gesetzliche Maßnahmen wie der Mietendeckel, also der Holzhammer von Frau Förster-Heldmann. Das sind nicht gesetzliche Maßnahmen, die Mieterinnen und Mieter schützen sollen, sondern der Holzhammer ist die geballte Macht von Finanzinvestoren, die dafür sorgen, dass die Miete in den Städten nicht mehr bezahlbar ist. Da brauchen wir keine Landesregierung, die berät und seit Jahren berät, sondern wir brauchen endlich eine, die handelt. Natürlich ist es richtig. Wir brauchen eine ganz breite Palette von Maßnahmen. Herr Kassecker hat es doch gesagt, und er hat auch die Debatte richtig reflektiert. Wir wollen ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Wir brauchen den Bau von weiteren sozialen und öffentlich geförderten Wohnungen. Je mehr Wohnungen in der öffentlichen Hand sind in öffentlichem Eigentum, deren Mieten sozusagen politisch bestimmt und gedeckelt werden können, desto mehr können wir auch die Mietpreise bremsen. Wir wollen aber darüber hinaus – das ist die dritte Maßnahme – im allgemeinen Mietmarkt einen öffentlich angeordneten Mietpreisstopp, einen echten Mietpreisstopp, eine Mietpreisbremse. Jetzt haben Sie gesagt, es sei völlig fraglich, ob eine solche Maßnahme zulässig ist. Wenn Sie denn der Auffassung sind, weil die Zahl der Juristinnen und Juristen, die der Meinung sind, dass eine solche Maßnahme möglich ist, wird von Tag zu Tag mehr. Es wird auch in den anderen Bundesländern vermehrt über eine solche Maßnahme diskutiert. Deswegen wäre es doch schön, wenn Sie wenigstens Ihre Bereitschaft zeigen würden, so wie wir es in unserem Antrag gefordert haben, wenigstens eine Anhörung zu unternehmen, in der wir das gemeinsam mit Experten beraten können. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Ich will, weil wir uns die Tatsache noch einmal genau angeschaut haben. Ich versuche jetzt nicht, zu viel Öl ins Feuer zu gießen oder die Diskussion zu sehr zu erhitzen. Aber weil die Vertreterinnen und Vertreter der GRÜNEN nicht aufhören, uns als LINKE den Verkauf der Wohnungen in Berlin vorzuwerfen. Ja, der Verkauf von öffentlichem Eigentum war und ist ein Fehler. Es war falsch, dass das damals SPD und LINKE getan haben. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie genauso scharf kritisieren würden, dass unter der rot-grünen Bundesregierung rund 120.000 Eisenbahnerwohnungen verkauft wurden, die auch im öffentlichen Eigentum gewesen sind. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD des BÜNDNISSES 90-桂 und des Abg. Bertrand von Freunden Also fangen Sie mal an, kleine Brötchen zu backen in dieser Diskussion. Genauso war es. Lesen Sie es nach, Herr Frömmrich. Lesen Sie es nach und fragen Sie Ihre eigenen Parteikollegen, wer damals die Wohnungen verkaufen wollte. Ihren Leuten konnte es gar nicht genug sein mit dem Ausverkauf von öffentlichem Eigentum. Jetzt rede ich, Herr Frömmrich, und es fällt Ihnen wie immer und üblich schwer zuzuhören. Dafür haben wir auch eingeschränkt Verständnis. Wir hoffen auf die Lernfähigkeit, aber das ist ein anderes Thema. Ich will zum Abschluss noch mit einem letzten Vorurteil aufräumen. Herr Kassecker hat es beschworen, in anderen Reden ist es noch einmal angeklungen. Es gäbe quasi das scheue Reh der Bauindustrie, der Immobilienindustrie, das man mit gesetzlichen Maßnahmen verschrecken könnte. Wenn ich mir anschaue, wie saftig die Wiesen für dieses scheue Reh im Moment bestellt sind, nämlich wie vollgefuttert dieses scheue Reh ist angesichts von gigantischen Profiten im Immobilienbereich, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Einführung von gesetzlichen Maßnahmen die Flucht von Investoren auslösen würde. Im Gegenteil, es würde lediglich dazu führen, dass wir einen Teil dieser fetten Profite, die im Moment gemacht werden, wieder begrenzen und dafür sorgen, dass Mieterinnen und Mieter in den Städten bezahlbar leben können. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Ich hatte Herrn Gagel einen Fehler gemacht. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie hätten noch Redezeit, aber da sprach der Staatssekretär bereits. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich in der zweiten Runde den beiden der Fraktionen zustehenden fünf Minuten. Jetzt hatte sich zwar auch Herr Lichert gemeldet, Sie müssten sich eigentlich untereinander einigen, wer spricht. Können Sie aber untereinander ausmachen, oder Sie teilen es sich aus. Bitte schön, Herr Kollege Gagel, Sie haben das Wort. Das habe ich auch noch, alles in Ordnung. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Das haben wir selbstverständlich schon getan, und deswegen werden wir uns die Redezeit hier aufteilen. Hilflosigkeit, Konzeptionslosigkeit und Ahnungslosigkeit umschreiben Ihre Anträge. Das sind die drei Worte dafür. Auch wenn ich mich hier in diesem Parlament wiederhole, aber Sie wiederholen sich ja auch mit den Anträgen. Sie benennen sie ja immer nur um. Der beste Mieterschutz ist ein Überangebot von Wohnungen. Davon sind Sie so meilenweit entfernt wie der Pluto von der Sonne. Es ist nämlich überhaupt gar kein Ansatz. Es ist letztendlich all Ihre Anträge gelaufen auf eine Sache hinaus. Es ist eine Mängelverwaltung von bestehendem Wohnraum, und Sie wollen in irgendeinem Symptom herumdoktern, um irgendetwas zu verbessern. Aber mit Ihren Konzepten, mit den sozialistischen Konzepten, wird nicht eine einzige Wohnung neu geschaffen. Sie greifen das Grundproblem nie an der Wurzel, und deswegen werden Sie auch nie eine Verbesserung am Markt insgesamt herbeiführen. Das, was Sie wollen, ist die Wiedereinführung der DDR. Aber das wird nicht funktionieren. Zwei Millionen Menschen sind ins Land gekommen. Ja, ich weiß, das wollen Sie nicht hören, aber Sie müssen es sich anhören. Es ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Die haben Ihre Wohnungen nicht mitgebracht, Herr Schalauske. Die haben Ihre Wohnungen nicht mitgebracht, Herr Schalauske. Die haben Sie nicht mitgebracht, die Wohnungen. Das, was Sie mitgebracht haben, waren Ihre Handys. Aber die Wohnungen haben Sie nicht mitgebracht. Diese zwei Millionen Menschen brauchen roundabout 600.000 Wohnungen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Was Sie mit den altbewährten Konzepten machen wollen, ist, wie immer, am Symptom herumdoktern. Aber die Ursache werden Sie nie in den Griff bekommen. Das zeichnet Ihr Politikversagen aus. Sie nennen sich soziale Parteien, die Linkspartei und auch die SPD. Aber was haben Sie getan oder was tun Sie permanent? Sie haben Ihre eigene Klientel verraten. Ihre eigene Wählerschaft haben Sie verraten. Das gilt insbesondere für die SPD. Die LINKEN sind so stark ideologisiert. Sie haben Ihre Kernwählerschaft, die es ideologisch so verblendet. Sie kapieren gar nichts. Aber die Stammwählerschaft der SPD hat Ihre Kernwählerschaft verraten. Das sind die Menschen, die nämlich genau darunter leiden, dass der Wohnraum, der zur Verfügung steht, jetzt aufgeteilt werden muss zwischen der bisher hier lebenden deutschen Bevölkerung und zwischen den 2 Millionen Migranten aufgeteilt werden muss. Wenn Sie pro Jahr eine Großstadt in der Größenordnung Frankfurt am Main nach Deutschland hereinlassen, dann müssen Sie auch davor sorgen, dass Wohnraum geschaffen wird. Legen Sie mich bitte nicht auf die Zahlen fest. Wir reden über Größenordnung. Am Ende des Tages sehen wir bei den Anträgen, die immer zum Thema Wohnraum kommen. Es ist immer das Gleiche. Politikversagen wird mit Mängelverwaltung beantwortet. Das lehnen wir ab. Wir müssen an die Ursachen gehen. Wir müssen mehr Bauland schaffen. Wir müssen Investitionshemmnisse abbauen. Ich glaube, ich habe das hier schon drei oder viermal gesagt. Ich sage es immer wieder. Genauso wie Sie Ihre Anträge stellen, werde ich es Ihnen immer wieder sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Barth für die Fraktion der Sozialdemokraten. – Fünf Minuten, auch für Sie. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was mir in den Reden von grünen Politikern, ob das jetzt gestern war, Herr Wagner, Herr Al-Wazir, heute Frau Förster-Heldmann, Herr Deutschendorf, immer wieder auffällt, dass Sie in den Auflistungen Ihrer Erfolge der letzten fünf Jahre inzwischen grundsätzlich Punkte aufnehmen müssen, die Sie eigentlich erst für diese Legislaturperiode beschlossen haben, aber noch gar nicht umgesetzt, wie z.B. den Schutz von Mietern bei Eigentümerwechsel von fünf auf acht Jahren. Übrigens wären gesetzlich zehn Jahre möglich, aber Schwamm darüber. Insofern scheint es mit Ihren tatsächlichen Aktivitäten der letzten fünf Jahre nicht so weit her zu sein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN oder Sie werten es als Erfolg, Bundesgesetze umgesetzt zu haben, wie z.B. die Mietpreisbremse, die Sie gerade zum zweiten Mal verstolpern. Wollen Sie das wirklich als Ihre Leistung bezeichnen? – Na ja, ich habe schon einige Sachen in meiner ersten Rede genannt, wo es jetzt schon schiefläuft. – Übrigens finde ich es auch bemerkenswert, dass die GRÜNEN jetzt als Erstes das Grundrecht auf Eigentum hochhalten. Okay, dieser Satz von vorhin zeigt jetzt natürlich einmal mehr, dass Sie von manchen zu Recht als die neue FDP bezeichnet werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Wir halten dagegen Eigentum verpflichtet und übrigens auch das Grundrecht auf Wohnen, was wir gerade erst neu in unsere neue Landesverfassung aufgenommen haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Ich freue mich übrigens, Herr Lenders, Ihre Ausführungen heute. Das fand ich sehr interessant. Auch Ihrer Meinung nach sollten nicht mehr als 25 bis 30 % des Einkommens für die Miete ausgegeben werden müssen, da höhere Mietkosten eben auch die Freiheit des Einzelnen einschränken. Ich denke, hier können wir gut zusammenkommen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD – Zurufe von der SPD Ich weiß nicht, es wird jetzt hier weiter kommuniziert. Das ist ein Mietendeckel, der einen Inflationsausgleich zulässt und für fünf Jahre. Dass der allerdings Investitionen hemmt, wage ich zu bezweifeln. Ich will Ihnen einmal ein Beispiel aus meinem Wahlkreis nennen. Wir haben eine Baugenossenschaft, die sehr erfolgreich arbeitet. Das ist der Hochtaunusbau. Sie haben ordentlich geführte Häuser, gehen ordentlich mit ihren Mietern um. Sie investieren auch. Sie sind gerade wieder dabei, neue Bestände zu erwerben. Sie haben standardmäßig Verträge, wo die Mieten um 2 % pro Jahr erhöht werden. Das ist ungefähr das, was Torsten… Schäfer-Gümbel und Andrea Nahles in ihrem Mietewende-Jetzt-Papier, das ich vorhin auch beschrieben habe, wo wir gesagt haben, Inflationsausgleich, Mietendeckel, Mietendeckel so dahingehend, maximal der Inflationsausgleich und eine Modernisierung. Das ist eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN von Herrn Wagner. Nein? Okay. Nein, er kann sich aber danach wenden. Trotzdem hat diese Baugenossenschaft noch Geld zu investieren. Ich möchte auch sagen, dass die meisten privaten Vermieter, und wir wissen auch, dass die meisten Vermieter privat sind, in der Regel sehr moderat erhöhen, eher selten erhöhen. Wenn sie anständige Mieter haben, die ordentlich ihre Mieten zahlen, dann sind sie froh drum. Leider sind es oft private Kapitalgesellschaften, große Gesellschaften wie die Deutsche Wohnen oder auch Vonovia, die jetzt in die Kritik geraten sind, leider übrigens auch die Tochter unserer Hessischen Landesbank, die GWH, die keinen guten Vermieter sind und die jetzt vorhandenen Spielräume von 15 % in drei Jahren manchmal voll ausschöpfen. Ich habe da auch gerade eine Anfrage laufen. Es ist nicht der kleine Privatvermieter. Ich habe auch den Eindruck, dass manche Mieterhöhungsspielräume, die wir jetzt beschränken möchten, momentan sind generell 20 % bei Bestandserhöhungen oder in knappen Märkten 5 % möglich. Wenn wir das jetzt auf einen Inflationsausgleich oder 2 % beschränken, die LINKEN fordern ja auch erst einmal eine Anhörung, dass das mit Renditen verwechselt wird. In Städten mit angespannten Mietmärkten können Vermieter schon jetzt sehr gut mit den erzielten Mieten gut rechnen, und sie können auch damit investieren. Herr Staatssekretär Deutschendorf, Sie können ja bezweifeln, dass ein Mietendeckel rechtlich... Frau Kollegin, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Okay. Am Ende meiner Rede. Daher fordert der LINKEN-Antrag ja auch erst nur eine Anhörung. Ich denke, dieser Diskussion sollten wir uns wirklich nicht verschließen. Vielleicht können wir da auch alle noch etwas dazulernen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächster hat sich gemeldet. Die verbliebene Redezeit ist zwei Minuten und eine Sekunde. Der Kollege Lichert von der Fraktion der AfD. Herr Präsident, werte Kollegen! Königliche Hoheiten! Es ist jetzt von mehreren Fraktionen hier auf relativ sachlicher Ebene vorgetragen worden, warum Ihr Politikmodell nicht funktionieren kann, warum auch in vielen anderen Politikfeldern gerade Ihre dezidierte linke Politik zu Lasten der Schwachen geht. Warum betreiben Sie sie trotzdem? Ich glaube, um da die tiefere Motivlage zu verstehen, muss man ein bisschen um die Ecke denken. Vielleicht ist ja die Idee dahinter, so etwas Ähnliches wie ein linkes politisches Perpetuum mobile zu schaffen. Denn je schlechter und je linker die Politik in unserem Land ist, umso mehr Menschen sind auf Transfers des Staates angewiesen und werden dann natürlich tendenziell die Parteien wählen, die für das Füllhorn des Sozialstaates sind. Wenn wir heute schon tief in der ideologischen Mottenkiste herumwühlen, dann mache ich da gerne auch mit. Wenn Religion Opium für das Volk ist, dann ist Marxismus Opium für Intellektuelle und Absolventen der Geschwätzwissenschaften, für die es sonst keine sinnvolle Einsatzmöglichkeit gibt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Damit sind wir, wenn sich niemand mehr meldet, auch am Ende der zweiten Runde angekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchten wir den Antrag mit Drucksache 20-389 in den WVA überweisen. Ist das richtig? Dann machen wir das so.